Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr euren PubNinja-Blog monetarisieren könnt. Ich hatte ja mit euch schon mal über zwei unterschiedliche Möglichkeiten gesprochen, nämlich einmal über die Möglichkeit, dass ihr Werbeanzeigen direkt über euren PubNinja-Account laufen lässt. Ihr könnt natürlich aber auch sogenannte Subscriptions, also Mitgliedschaften, über euren Account anbieten. Es gibt natürlich aber noch viele, viele weitere Wege, wie ihr euren Blog monetarisieren könnt. Ihr könntet zum Beispiel Affiliate-Einnahmen integrieren, ihr könnt eigene Produkte verkaufen, ihr könnt andere Werbeanzeigen integrieren, sodass ihr halt auch nochmal aus diesen unterschiedlichen Möglichkeiten einiges an Profit zieht. Bevor ich aber mit euch über dieses Thema spreche, würde ich euch gerne nochmal eine persönliche Empfehlung geben. Und das ist der Kurs von einem guten Freund von mir, nämlich vom Bernd. Der Kurs heißt Affiliate-Marketing, verdiene Geld mit einem eigenen Blog. Das heißt, sag ich jetzt mal, das, was ihr dort im Kurs lernt, ist wirklich, wirklich das vertieft, was ich euch heute hier in diesem Video zeigen werde. Nämlich in diesem Kurs lernt ihr wirklich, wie ihr einen Blog monetarisiert, Schritt für Schritt. Das heißt, falls ihr einen PubNinja-Account habt, beziehungsweise falls ihr einen PubNinja-Blog erstellen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall nochmal diesen Kurs hier empfehlen. Und das Schöne ist, dass der Kurs derzeit absolut kostenfrei ist. Das heißt, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben möchtet, dann schaut, wie gesagt, gerne mal in die Videobeschreibung. Der Link in der Videobeschreibung wird aber auch wirklich nur für drei Tage aktiv sein. Das heißt, ihr könnt euch für drei Tage in diesen Kurs komplett umsonst einschreiben. Normalerweise kostet dieser Kurs hier 199,99. Jetzt aber, wenn ihr in die Videobeschreibung reingeht, kostet der Kurs euch absolut gar nichts. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben könntet. Und ich denke, Bernd wird sich auch sehr drüber freuen. Link ist in der Videobeschreibung. Gut, machen wir aber weiter mit dem eigentlichen Thema vom heutigen Video, nämlich wie ihr euren Blog monetarisieren könnt. Also das erste schon mal ist das folgende. Nämlich, ich würde, wenn nicht ihr seid, erstmal dafür sorgen, dass der Blog an sich monetarisiert wird durch Werbeanzeigen. Dafür braucht ihr 5000 Leute, die auf dem Blog waren. Das heißt, einfach nur 5000 Views. Das könnt ihr ziemlich einfach dadurch generieren, dass ihr zum Beispiel einfach in Facebook-Gruppen reinpostet und ihr da zum Beispiel so etwas sagt wie, was weiß ich, 10 Wege. So heißt zumindest der Artikel dann vielleicht auf eurem Blog, 10 Wege, wie ihr online Geld verdienen könnt oder 10 Ways to Make Money Online oder irgendwie sowas. Daran sind sehr viele Leute interessiert. Dann geht ihr zum Beispiel in Facebook-Gruppen rein, sei es nun zum Thema Udemy, sei es nun zum Thema was auch immer. Also praktisch dort, wo man normalerweise so kostenfreie Coupons oder ähnliches bekommt. Und dort postet ihr dann halt haufenweise von diesen Artikeln rein und da werden ganz, ganz viele Leute auf die Artikel draufklicken und dann hoffentlich zumindest so viele, dass ihr den Blog auch direkt monetarisiert bekommt. Das ist schon mal das Erste. Dann, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr natürlich ein paar Artikel aufsetzen. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle habe ich jetzt ein paar Testartikel hier aufgesetzt, zum Beispiel diese beiden hier. Das ist einmal ein Artikel, der heißt 25 Wege von zu Hause Geld zu verdienen und dann 5 Strategien, um Geld ohne Reichweite zu verdienen. Und ich werde wahrscheinlich noch den Blog ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen, ja, weitläufiger machen, dass also nicht nur Geldverdienende Internet-Tipps drauf sein werden, sondern eher auch solche Dinge, wie baut man zum Beispiel einen ordentlichen Funnel auf, wie monetarisiert man zum Beispiel seine Webseite, wie sorgt man dafür, dass man zum Beispiel, was weiß ich, keine Fehler bei der Buchhaltung macht oder was auch immer. Also praktisch all solche Dinge. Wenn ihr jetzt einen neuen Artikel hochladen möchtet, geht einfach hier oben auf Add Article und sobald ihr das getan habt, könnt ihr hier den Titel vom Artikel eingeben. Das dauert jetzt noch ein paar Sekunden, sollte aber gleich sich öffnen. Und was ich mit euch gerne machen möchte, ist, ich möchte mit euch einen sehr simplen Artikel schreiben rund ums Thema Funnel aufbauen. Man könnte zum Beispiel folgendes machen, man könnte sagen, der Artikel heißt 5 Strategien, um mit einem Funnel Geld zu verdienen. Oder, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen eher anders, zum Beispiel, sagen wir mal, wie du dir einen profitablen Funnel aufbaust. So, und was ich mit euch hier machen möchte, ist folgendes, nämlich, wir können zum Beispiel diesen Artikel unterteilen in drei unterschiedliche Teile. Nämlich zum Beispiel so etwas wie, sagen wir mal, Tools. Dann haben wir vielleicht so etwas wie, sagen wir mal, Marketing. Dann vielleicht Produktentwicklung. Entwicklung. Dann vielleicht Hosting. Und dann vielleicht noch Skalierung oder sowas. Und diese Punkte hier, da wollen wir jetzt jeweils sowas schreiben. Also ich mache das nur ganz beispielhaft. Das heißt, du könntest hier was für schreiben, du könntest hier was für schreiben, und du könntest hier was für schreiben. Und wenn du praktisch dann für diese unterschiedlichen Punkte etwas schreibst, dann musst du dir natürlich überlegen, was möchtest du dort genau schreiben, und wie kann ich das, was ich schreibe, monetarisieren? Zum Beispiel bei den Tools. Was könnte man da machen? Da könnte man zum Beispiel über unterschiedliche Tools sprechen, mit denen man ein Funnel aufbaut. Zum Beispiel könnte man da über die Software ClickFunnels sprechen. Was ich dann anschließend machen würde, wäre einfach nur folgendes. Nämlich, du gehst auf clickfunnels.com beziehungsweise affiliates.clickfunnels.com und hier kannst du dann dich für das Affiliate-Programm bewerben. Du kriegst dann eine 50-prozentige Monthly Recurring Commission. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ClickFunnels verkaufst, dann kriegst du, wie gesagt, 40 Prozent davon. Und das Schöne ist, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe relativ oft schon ClickFunnels verkauft und deswegen kriege ich halt jeden Monat wirklich schönes, passives Einkommen. Was ich euch diesbezüglich empfehlen kann, ist einfach nur folgendes. Erstellt euch den Account und dann nehmt die 14 Tage kostenlose Version. Nämlich, was damit gemeint ist, ist folgendes. Nämlich, ihr könnt, wenn ihr einen Affiliate-Link generiert für ClickFunnels, könnt ihr eine 14 Tage kostenlose Version an eure potenziellen Kunden geben. Nämlich, ihr macht dann einfach nur folgendes. Ihr geht, wie gesagt, in euren Account rein, generiert diesen potenziell, oder generiert diesen Link für die potenziellen Kunden, wo einfach halt die Leute den ClickFunnels für 14 Tage komplett kostenfrei bekommen. Und dann macht ihr folgendes, dann geht ihr hier in euren Blog wieder rein und verlinkt das einfach. Ihr geht dann dazu über das eigentliche Wort drüber und klickt dann hier auf diesen Link. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt hier eine URL eingeben. Zum Beispiel wäre das jetzt in meinem Falle, sagen wir mal, clickfunnels.com slash, und dann weiß ich nicht, Affiliate-Example. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Also ihr seht es hier, da steht jetzt dann praktisch www.clickfunnels.com slash example, also praktisch Affiliate-Example. Und dann klicken wir auf Confirm. Und jetzt wurde das hier verlinkt. Das heißt, wenn jetzt Leute hier draufklicken, dann werden sie zu ClickFunnels weitergeleitet. Du kannst auch folgendes machen. Du kannst zum Beispiel sagen, so etwas wie, hole dir ClickFunnels für 14 Tage, 14 Tage hier kostenlos. Und dann kannst du irgendwie sagen, so etwas wie, sagen wir mal, hier klicken, hier klicken. Und dann kannst du auch wieder das hier jederzeit verbinden, klickst dazu wieder auf den Link hier und kannst dann wieder hier diesen Link integrieren. Zum Beispiel www.clickfunnels.com slash, Affiliate-Example. So, und dann klickst du wieder auf Confirm. Und dann hat sich das Ganze. Jetzt ist der Link praktisch hier drin. Und wenn Leute draufklicken, dann werden sie halt zu ClickFunnels geleitet und können sich halt ClickFunnels komplett umsonst für einen Monat, Quatsch, für einen Monat, für 14 Tage holen. Ihr könnt es natürlich auch mit weiteren anderen Tools machen. Ich würde euch zum Beispiel jetzt nicht empfehlen, da irgendwie Amazon Associates Links oder Amazon Affiliate Links halt zu integrieren. So oder so ist Amazon ja an sich als Affiliate-Plattform meines Erachtens nicht sonderlich sinnvoll, weil sogar jetzt Amazon das Ganze reduzieren möchte auf eine Provision von gerade mal 1 bis 3 Prozent pro Verkauf. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie ein Produkt für 100 Euro verkauft, kriegt ihr halt gerade mal 1 bis 3 Euro für einen Verkauf. Das ist ja so nicht sonderlich sinnvoll. Und es ist halt immer eine einmalige Sache. Wenn du aber zum Beispiel so etwas wie ClickFunnels promotest, dann hast du natürlich wiederkehrende Einnahmen. Nämlich die Leute, die dann zum Beispiel bei ClickFunnels sich holen und dementsprechend halt auch länger bei ClickFunnels bleiben. Die zahlen dir halt jeden Monat damit Geld aus. Und ich bin zum Beispiel ein relativ großer Affiliate für Teachable und du kannst auch einfach auf teachable.com slash affiliates gehen und dann kannst du hier dich als Affiliate anmelden. Ich kriege eine 30-prozentige Commission, also 30-prozentige Provision auf jeden Verkauf und ich könnte zum Beispiel auch diese Links hier jederzeit bei PubNinja integrieren und wenn dann Leute auf Teachable gehen und sich dann, wie gesagt, Teachable holen, dann kriege ich da immer meine 30-prozentige Provision und dann hat sich das Ganze. Das Schöne ist zum Beispiel, wenn sich jetzt Leute diesen günstigen Plan kaufen für 29 Dollar, kriege ich ziemlich genau 10 Dollar. Wenn sich die Leute den Professional Plan kaufen, kriege ich halt, wie gesagt, 30 Dollar und dann bei Business halt, wie gesagt, dementsprechend mehr. Wenn die Leute sogar mordlich buchen, kriege ich nochmal um einiges mehr an Geld pro Monat ausbezahlt. Also das ist schon mal das eine und das ist, wie gesagt, diesbezüglich wichtig. Ein Tipp, den ich euch noch geben kann, ist der folgende, nämlich wenn ihr jetzt euren, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese unterschiedlichen Punkte jetzt hier anlegt, sagen wir mal zum Thema Tools, zum Thema Marketing, Produktentwicklung, Hosting und so weiter und so fort, versucht halt überall Affiliate-Dings zu integrieren, versucht es aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich zu machen, wie ich es jetzt hier gerade oben getan habe. Sondern eher zum Beispiel könntest du halt diesen ganzen Bereich hier, könntest du zum Beispiel markieren und könntest den halt mit dann praktisch Klickfunnels verlinken. Das ginge auf jeden Fall. Bloß ich würde jetzt nicht irgendwo dauernd irgendwelche Buttons haben beziehungsweise würde jetzt irgendwie sagen, hier klicken, hier klicken, hier klicken. Das macht jetzt nicht so viel Sinn und ist etwas unschön auch für deine potenziellen Kunden. So, vielleicht noch eine Sache, nämlich wenn es jetzt hier um diese anderen Dinge geht, wie Marketing, Produktentwicklung, Hosting, Skalierung, suche dir dafür immer unterschiedliche Produkte raus, sei es nun zum Beispiel halt Klickfunnels, sei es nun zum Beispiel Teachable. Du kannst natürlich auch deine eigenen Produkte promoten, die du zum Beispiel über Kindle hostest oder zum Beispiel über, wenn du jetzt einen deutschsprachigen Hoster haben möchtest, sei es nun Copecard oder Digistore oder Elo-Page oder was auch immer. Da nimmst du halt einfach deine Produkte, lädst du dort hoch, deine E-Bücher, deine Kurse, deine was auch immer und verlinkst sie hier dann direkt in deine PubNinja-Blog. Du kannst natürlich aber auch auf weiteren Wegen Geld verdienen. Du kannst zum Beispiel einfach auch YouTube-Videos in deinen PubNinja-Artikeln verlinken. So habe ich das zum Beispiel ein paar Mal gemacht. Wenn ich jetzt mal in meinen Artikel reingehe, werdet ihr folgendes sehen. Nämlich, ich klicke mal hier unten kurz auf Save Draft und anschließend dann gehe ich mal mit euch kurz hier raus. Nämlich das Interessante bei PubNinja ist das folgende, du kannst doch einfach Videos integrieren beziehungsweise Videos hochladen und wenn dann Leute auf diese Videos klicken, dann kriegen sie halt die Werbung von oder auf YouTube angezeigt. Hier zum Beispiel seht ihr, ich habe einige Posts und dieses Video hier oder dieser Post hier besteht aus einem Video. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch in meinen Posts direkt oder in meinen Blog-Artikeln kann ich direkt YouTube-Videos verlinken. Und dann können Leute halt auf YouTube gehen und sich meine Videos anschauen und vielleicht sogar hoffentlich abonnieren sie den Kanal. Das heißt, ihr könnt auch nochmal über dann Google AdSense praktisch oder genau, Google AdSense Geld verdienen indem ihr halt einfach eure YouTube-Videos auch nochmal in euren Blog-Artikeln auf PubNinja verlinkt. Eine Sache, die ich euch noch empfehlen würde, ist euren PubNinja-Account dazu zu verwenden, auch nochmal E-Mail-Adressen einzusammeln, dass ihr beispielsweise hier eine ordentliche Kampagne nochmal launchen könnt. Ihr könnt zum Beispiel PubNinja mit Mailchimp verbinden. Da könnt ihr zum Beispiel solche sogenannte Squeeze-Pages direkt mit Mailchimp aufbauen, wo ihr die E-Mail-Adressen von eurem potenziellen Kunden einsammeln könnt. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel ManyChat verwenden, um auf zum Beispiel, ja, auf anderen Social-Media-Plattformen, in diesem Fall halt zum Beispiel Facebook-Nachrichten rauszuschicken. Ihr könnt zum Beispiel folgendes tun, verlinkt einfach euren Messenger-Link in euren Artikeln, zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht wisst, wo euer Messenger-Link ist. Früher war man hier tatsächlich auf der Seite drauf, den haben sie jetzt anscheinend hier weggenommen, aber du kannst halt direkt, indem du zu deiner Seite gehst und den Messenger-Link kopierst, kannst du direkt den Leuten diesen Messenger-Link schicken und diese können dann mit dir in Kontakt treten. In meinem Fall zum Beispiel wäre das jetzt hier der Bot-Link, nämlich, genau, da haben wir ihn sogar tatsächlich. Dieser hier praktisch, wenn ich den mit Leuten teilen würde, dann können halt Leute direkt, wenn sie darauf klicken, oder wenn sie direkt, wenn sie darauf klicken, mit meinem Bot, mit Nachrichten zugeschickt, sag ich jetzt mal, und sie sind dann halt Subscriber von meinem Bot. Und das ist, denke ich mal, relativ sinnvoll. Das heißt, solche Links zum Beispiel auch einfach in PubNinja integrieren, dann habt ihr auch noch mal eine weitere Traffic-Quelle, in diesem Fall dann halt dieser Facebook-Art Newsletter. Also, einfach, wenn ihr Artikel aufsetzt, mehrere Affiliate-Links integrieren, eigene Produkte, die ihr zum Beispiel bei Udemy hostet oder Kindle hostet oder euren eigenen Hoster nehmt, wie zum Beispiel CopeCard oder EloPage oder Digistore oder ClickBank oder welche Plattform auch immer, die wie gesagt auch hier verlinken und es ist gar nicht mal so schlecht, wenn du auch noch mal zum Beispiel YouTube-Videos verlinkst oder zum Beispiel jetzt Squeeze-Pages aufbaust oder zum Beispiel mit Bot-Links das Ganze verbindest, so dass du halt einfach aus dieser einen Quelle mehr Quellen aufbaust. Übrigens, auch eine Facebook-Gruppe kann sich diesbezüglich lohnen, dass du zum Beispiel sagst, okay, weiß nicht, ich hoffe, die Artikel hat dir gefallen. Wenn du möchtest, dann schreib dich doch auch in meine Facebook-Gruppe ein. Dort kriegst du noch mehr kostenfreien Content oder irgendwie sowas. Das könnte man zum Beispiel diesbezüglich auch machen. Gut, das war es aber nun hier für dieses Video. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.